Um die Vorleseoption zu aktivieren auf dem Android Handy, gehe dazu einfach auf Einstellungen und gehe auf Bedienungshilfe. Das kannst du in der Suchleiste einfach suchen, einmal draufklicken und dann siehst du hier oben einmal allgemein sehen, hören, körperlich. Wir klicken einmal hier auf Sehen und dann als zweites steht hier Vorlesen und dann steht hier Verknüpfung für Vorlesen. Dann wollen wir den Schalter einmal nach rechts bringen, gehen hier auf Zulassen, sonst klappt das Ganze nämlich nicht. Also ganz, ganz wichtig. Und jetzt steht hier, wenn du diese Funktion verwenden möchtest, tippe unten auf den Display auf die Schaltfläche Bedienungshilfe. Man sieht hier dann unten, das siehst du schon hier, so ein kleines Männchen und den tippst du dann an, um Sachen vorlesen zu lassen. Machen mal hier eine kurze Demonstration. Wir gehen auf das Männchen und klicken einmal hier drauf. Verknüpfung für Vorlesen. Und dann wird es immer vorgelesen, egal ob bei Textnachrichten oder irgendwas auf einer Webseite, selbst kleingedruckte Dinge kann man einfach antippen. Wenn die Funktion Vorlesen aktiviert ist, kannst du auf bestimmte Elemente auf dem Bildschirm auf Pause klicken, auf Start. Jedes Mal, wenn du hier drauf klickst, kommt hier rechts unten einmal so ein Schaltkasten mit Play und Stop. Zurück. Genau. Wenn du aber jetzt diese Bedienungshilfe nicht auf deinem Handy schon drauf installiert hast, bei manchen Handys ist es schon drauf installiert, bei manchen noch nicht, das ist kein Problem. Dann gehst du einfach hier auf Play Store, gehst auf Apps und tippst einmal Barrierefreiheit App an. Und das ist dann die hier unten, Android für Barrierefreiheit. Wir haben die schon installiert, deshalb steht hier deinstallieren, aber einfach diese App herunterladen, dann ist diese Einstellung verfügbar unter den Optionen und dann kannst du dir auf WhatsApp alles vorlesen lassen. Und das ist dann die erste Mal.